hier müssen wir angeblich irgendwie so machen dazu müssen wir irgendwo hin absolut gar keine ordnung wo also mir zeigt er an dass das ausrufezeichen hier anscheinend bei dem ding dann gehen wir hier einfach mal rein warum höre ich kein game sound so nach jahren hier ja dran ja weltraum in reisen werden ja so da müssen wir irgendwie hin so auf meine selbst gehen weil ich habe nämlich keine ahnung wo ich hin muss achten acht um acht um die galaxy karten in den europäischen kannst du bereits buchte orten reisen und dort nach sammelweg so schmuggel überlegen nach ja aber wo muss ich bin ich muss gerade mich kurz orientieren ja neun ein bäu noch jetzt wurde abgeschossen so hätte ich muss mal kurz ans fenster ok da bin ich wieder ich muss das schließen weil es anfängt zu regnen und das wäre nicht so gut wenn sie reingeht warum steht da schon wieder achtung lassen wir das hier einfach mal fliegen keine ahnung wie lange das geht müssen wir hier wieder die abfallern aber hier irgendwo ist eins da sagt und hier am unter mir am und zone abgeschlossen perfekt jetzt gehen wir hier wieder anscheinend weiter sehr interessant ja steht schon wieder achtung eben wie viele zonen gibt es denn hier also so viele brauche ich auch nicht achtung schön dass da achtung stehen jetzt 15 ja 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 so sagt wir sind das das sind schon ein paar so jetzt so einer hat noch überlebt warum sind wir jetzt auf einmal zwei müssen wir denn jetzt machen sieben die schiffe des imperiums okay mann hey shit dieses spiel will hier nicht laden soll okay der große tempel ja und hier ja da will ich hin landen muss zu ja win 4 ja 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 einmal dürfen wir nichts machen außer fliegen so erst mal was trinken hallo man kann man auch landen oder man fliegt dann einfach genau dann landet der bin ich da nicht schon mal gewesen der große tempel ja wenn wir machen das schiff besiege die schiffe des imperiums über er zeigt mir hier dass sie wieder einsteigen soll ja gut dann muss ich aber wahrscheinlich die besiegen aber wo besiege ich die westliches gebiet karte anzeigen naja ich sollte ja eigentlich hierhin flüchten nö die jetzt nicht weg vergesst du es galaxy karte nirgendwo nicht die karte ähm na egal wir machen ja hier braucht man nicht hin weil wir hier schon waren okay dann gehen wir nochmal hier raus aus weltraum ja hier steht auch ein ausrufezeichen okay da steht ein ausrufezeichen das heißt wir müssen irgendwie was besiegen und dann können wir da anscheinend hin so dazu muss ich hier erstmal ah hier okay okay so raumschlag okay so bam raum raum okay äh so komm okay wir müssen ah wir müssen hier immer an diese zonen rein und dann können wir die besiegen Okay, ich verstehe das Konzept jetzt. Gut. Gehen wir hier rein. Jetzt sind wir hier drin. So. Hallo. Was zieht ihr noch jetzt? Danke. Hallo. Ja. Ausweichen. Perfekt. Das kann nur auf eine Art hinsen. Drehen und bam. Okay. Bam. Er ist an mir vorbei. Bam. Irgendwo hier ist der Fall da. Bam. So. Hier rein. Ist das der letzte? Ich hoffe mal. Ich weiß gar nicht mehr, warum wir eigentlich nochmal hier sind. Die kriege ich nicht besiegt. So. Ziele erfasst. So. Bam. Da ist noch einer. Heck mit dir. Los, aussehen. Bam. Bam. So. Irgendwo hier muss jetzt noch einer so sein. Ja. Das ist der letzte, glaube ich. Ja. So. Wir kommen hier immer näher am Ziel an. So. Warte, wo muss ich hin? Habe ich ja eins übersprungen. Oh. Gehen wir hier nochmal hin, weil wir haben eins übersprungen angeblich. Okay, Leute. Ich würde aber sagen, das war's für den Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Abo und ein Kommentar. Da schaut aus dem Aufmerksamkeit. Das war sogar vorbei. Das ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Würde mich freuen, wenn ihr dort draufschauen würdet, damit ich die 300 Abonnenten... Äh, 300 Zuschauer knacken. Äh, man, 300 Leute knacken kann. Ja. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Äh, und dann hat euer Starbuck. Ciao, ciao.